Steht mir als Kind des Verstorbenen das Sterbevierteljahr zu, wenn ich selbst eine Rente beziehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Aktuell haben wir eine Anfrage bekommen, da ging es darum, dass die Tochter des Verstorbenen das Sterbevierteljahr für sich beanspruchen möchte und sie bezieht selbst eine Rente. Nein, das geht natürlich nicht, denn grundsätzlich haben Waisen oder Kinder des Verstorbenen keinen Anspruch auf das Sterbevierteljahr. Anspruch auf das Sterbevierteljahr haben grundsätzlich nur die Witwen oder Witwer des Verstorbenen, also Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner. Wenn das Kind meint, da vielleicht einen erbrechtlichen Anspruch zu haben, auch da sagen wir, nein, das Kind hat keinen erbrechtlichen Anspruch, denn das Sterbevierteljahr hat mit dem Erbrecht nichts zu tun, sondern das Sterbevierteljahr ist ein Teil der Witwenrente und es steht wirklich nur der Witwe oder dem Witwer zu. Deshalb können wir sagen, kein Anspruch auf das Sterbevierteljahr haben grundsätzlich Kinder des Verstorbenen. Näheres zu diesem Thema können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.